Oh mein Gott, Leute, wir werden heute 24 Stunden lang Achterbahn fahren mit den Paul Bergern. Was geht ab, Leute? Bravo! Let's go! Oh mein Gott! Oh, da ist das krank! Das ist doch eine Fehlermeldung! Das ist eine Fehlermeldung, die Achterbahn ist gerade hoch! Mein Gott! Hey, Leute, es ist Crytex hier. Was geht ab, ihr Paul Berger? Ich bin hier gerade in einem Freizeitpark im Driftstrill mit Lukas Wallstar. Und was geht, Freunde? Dann ist da noch Marvin Flott mit dabei. Was geht, Freunde? Und wir haben hier noch Leon-Team. Wir werden heute 24 Stunden lang jede Achterbahn gefahren, Leute. Und wir haben hier noch richtig viele Zuschauer mit dabei. Also was geht ab, ihr Paul Berger? Leute, lasst euch ein Like und ein Abo da und let's go! Leute, übrigens habe ich noch eine ziemlich coole Info für euch. Und zwar, es dauert ab sofort nur noch weniger als einen Monat, bis die Paul Berger Limo erscheint. Wow! Okay, Leute, erscheint bald, let's go! Übrigens, Leute, am 4. Oktober erscheint mein zweites Buch, Leute. Das könnt ihr jetzt schon mal vorbestellen. Und wisst ihr was, Leute? Ich werde das jetzt hier verlosen unter allen. Okay, wir machen jetzt hier, wer am lautesten Paul Berger schreit, der kriegt das Buch. Drei, zwei, eins. Paul Berger! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, okay, okay! Okay, wisst ihr was? Nehmt einfach! Nehmt einfach! Ey, Brow, die drehen für nicht durch! Ey, Jungs, Jungs, entspannt euch! Entspannt euch! Entspannt euch! Achterbahn 1. Volldampf. Zur Info. Eicromax hat leider bei der ersten Bahn seine Kamera nicht aufgenommen. Ihr seht aber trotzdem alles. Jetzt viel Spaß! Okay, Leute, wir gehen jetzt hier in die erste Achterbahn. Und eigentlich hab's schon gesehen, wie fährt man irgendwie teilweise rückwärts. Ich bin richtig gespannt, Leute. Let's go! Ah! Alter, Max, ey! Oh mein Gott, bist du bereit, Max? Ich weiß es nicht, ob ich bereit bin. Oh! Oh mein Gott, Leute, das wird zu krank, Mann! Sie kommen Hupis oder so? Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ey, das ist teilweise da über Kopf. Oh, lol! Stimmt! Ey, Alter, glaubst du, sie treppen sich da in die Achterbahn. Und Leontien ist auch ganz mutig und fährt mit uns mit, Leute. Aber guck mal, ihr, diese ganzen Warnhinweise, Max, Alter. Digga. Das wird richtig wild werden. Das wird geisteskrank. Ey, Mann, ich hab nichts. Angst, Alter. Alter, Max, hast du Angst? Ich hab mir als Kind Achterbahn gefahren. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet, Leute. Keine Ahnung. Ja, guck mal, Leontien hat. Leontien geht's. Die erste Achterbahnfahrt für Leontien aller Zeiten. Was? Ja. Das ist das erste Mal? Ist da alles fest oder so? Ich hab gehört, dass es eventuell Effekte ist. Ey, mach mich hier. Hast du das kontrolliert? Ja. Ja. Wie lange ist es her, wo du die letzte Achterbahn gefahren bist? Ey, lass mich nicht irgendwann mit 15 oder so was her. 15? Ich war ewig, weil ich will in Freizeitfahrt. Krass. Ich sag ehrlich, bei mir ist das letzte Mal zwei Wochen oder so her. Nee, aber Leute, hier war ich tatsächlich noch nie auf den Achterbahnen. Oh, oh, das fällt hier schon runter. Oh, Alter, Alter. Ey, Klaus, die Achterbahn brennt. Oh, Leontien. Du schaffst das. Oh, oh. Das geht rückwärts. Wieso geht die rückwärts? Ey, wo? Alter. Ist das normal? Ich weiß nicht, mach... Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was? Was? Nein. Ja. 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 Oh, oh. Mir ist auch schlecht. Ich kann nicht mehr, Max. Nein, auf Leontien geht es dir. Oh, ich hoffe, Leontien geht es gut, Leute. Oh. Oh mein Gott. Leontien, wie war es? Gut. Leontien geht es gut. Ey, Max, du hast richtig trainige Augen, Mann. Ey, Alter, Bro, auf einmal geht die rückwärts, Bro, mir ist richtig schlecht geworden. Für mich wäre das gar nicht gewesen, man fährt die heimere Strecke rückwärts. Ey, das ist Endlevel. Achterbahn 2. Karacho. Ey, Leute, wir dürfen jetzt einfach hier durch so geheime Personalgänge, wo sonst eigentlich niemand durch darf. Richtig nice. Sorry, Jungs. Ciao. Einen Zutritt, Leute. Wir gehen hier einfach durch verbotene Eingänge durch. Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall direkt mal weiter zum nächsten Achterbahn. Boah, Max, guck mal an, wie krass die ist. Was ist das denn? Das ist ein Riesen-Looping. Oh mein Gott. Das sind mehrere Loopings hier. Oh mein Gott, Leute. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen Angst davor. Ja. Mir ist ja gerade eben schon schlecht geworden, Leute. Ey, Leute, guck mal, der überkippt sich hier schon. Oh mein Gott. Alter. Ey, guck mal, wie wir uns anstarten. Max, mach mal den Kopf daneben. Ey, die sind halt aus wie Geschwister. Ich glaube, ich sehe danach auch so ausgewählt. Ja, Leute, das Ding ist jetzt, Leontin darf nicht alle so mitfahren. Er ist 1,25 groß. Aber Leontin, wenn du dich nicht traust, ist das kein Problem. Ja, das ist wie du willst. Leontin, traust du dich? Willst du aufgeben? Weiß ich. Okay, let's go, es geht los. Leute, es geht los. Ey, Leontin, einfach übelst erhassler, dass er durchzieht. Richtig krank. Das ist so eine gute Maschine, ey. Das ist krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sage ehrlich, ich habe voll Schiss, Leute. Ich habe richtig Angst vor der Achterbahn. Leontin, dir geht es auch gut gerade? Ich glaube, du wirst Spaß haben. Versprochen. Max, wie geht es dir? Oh mein Gott, ey, Bro, ich bin voll aufgeregt. Ehrlich jetzt, das wird richtig krass. Ey, ich auch. Ey, Max, du hast doch richtig Angst, oder? Ich habe übelst Angst. Guck mal hier. Was ist das? Dein Buch. Oh mein Gott, Leute, das hilft mir gegen die Angst, Leute. Ja, ja, lest jetzt erstmal die beiden Runden. Schnell, 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 Leute, jetzt vorbestellen, nimmst Bescheid. Kopf über in die Pixelwelt, aber jetzt muss ich das abgeben. Okay, ey, darf ich das weiterlesen? Du darfst weiterlesen, bis gleich, Marvin. Ey, das ist wirklich krass. Respekt, Leontin zieht durch. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Es geht los. Alter. Ey, das ist ja voll dunkel hier. Ey, Bro, warum ist das so dunkel? Es ist komplett dunkel hier, Leute. Oh Gott. Man war einfach überkommt. Alter, was? Oh. 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 Oh mein Gott. Bro, da ist das krank. Alter. Alter. Das ist krass. Ey, das ist zu krass. Das ist gut. Das ist heftig, Mann. Sekund Leontin, Sekund Leontin. Oh mein Gott. Oh. Oh, wieder runter. Oh. 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 Der dritter. Wir brauchen Berger. Oh, 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 oh. Oh, noch Looping. Oh, die ist zu krank, Mann. Oh, die ist krass, Mann. Oh. Alter. alles gut bei dir ja ja hat der spaß gemacht wie sich aus der haare stehen komplett woanders alter rober sei ich abgegangen hier krass alter war die kraft max die war komplett krank leute zu krank ja genau so wie der da fühle ich mich jetzt leute aber das krasse ist das war noch nicht mal die heftigste als zu der heftigsten kommen wir noch leute deswegen dranbleiben und liken und abonnieren freunde leute bevor wir mit der nächsten achterbahn weitermachen das ziemlich cool ist überlegt sie sind gerade sehr viele zuschauer und ich glaube ihr bock auf ein eis oder so was aber wir machen eine kleine challenge draußen zwar leontin du bist dafür verantwortlich dass hier allein eis bekommen du hast jetzt eine minute zeit alles zu tragen alles zu machen und ich muss alles kaufen und danach können wir das hier in die zuschauer verteilen okay also heute was wollte was wollt ihr haben ich glaube die leute wollen unbedingt eis haben kann sie mal versuchen okay kommen dann wir gehen jetzt in den shop rein okay warte bleibt bleibt ihr alle draußen alle zuschauer draußen bleiben gut mal bist du bereit hast du die zeit hier teile läuft okay mach mal eine minute ist eingestellt leon team bist du ready okay dann 3 2 1 let's go oh mein gott er flitzt los leute er flitzt los was nimmst du alles was nimmst du alles was nimmst du alles okay alles was nimmst du kauf ich gleich ja okay okay du kannst du kannst auch zwischendrin bei der kasse ablagern genau liegt bei der kasse blick bei der kasse ab was sagt die zeit wie viel hat der noch 15 sekunden du hast noch mehr als die hälfte du hast noch mehr als die hälfte komm 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 nimm eis die leute wollen eis haben leon team oh mein gott 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 ja lukas hä was sagt die zeit okay die hälfte der zeit noch oh mein gott leon team nichts bei der kasse ab links bei der kasse ab ich glaube die projekte gleich ein bisschen eis leute sehr gut okay okay das läuft was sagt die zeit 15 sekunden hast du 15 getränke willst du auch getränke oh mein gott leute das wird teuer das wird teuer okay 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 sehr gut sehr gut was sind das hier für bälle was in das bälle und zeit ist rum aber wir lassen die natürlich noch anlegen weil leute wisst ihr was wir packen ja noch ein bisschen was drauf weil das sind ja echt relativ viele da hinten deswegen wir holen jemand noch so eine riesen popcorn stange so leontin ich bin mal gespannt ja das wird auf jeden fall teuer werden hey leute leontin hat richtig viel eis für euch besorgt ihr kriegt auf jeden fall gleich was 60 euro 40 in 60 sekunden hast du 60 euro hier rausgeholt hast krass hast du gut gemacht okay leute jetzt wenn wir das eis natürlich noch an die ganzen paulberger verteilen let's go ihr mag es ne ich kümmere mich hier natürlich um die paulberger hier noch einmal was haben wir alles hier du kriegst natürlich auch was nein du kannst ein mann ich bin jetzt sauer okay danke wir verteilen das popcorn jungs sind euch das popcorn egal wie geht es weiter achterbahn fahren leute let's go achterbahn 3 winter schlitten gut leute wir gehen jetzt einfach mal direkt rein die nächste achterbahn let's go heute das hier irgendwie so ein winter schlitten oder sowas okay leute 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 alle achterbahn bis jetzt leute haben wir alles durchgezogen richtig krass hügel schließen steht da oben schon ist deiner zu meiner ist glaube ich zu leute leute auch dabei sicher sehr gut einfach 24 stunden an alle achterbahn fahren danke danke es geht hier nach oben jetzt mal ein bisschen entspannter leute okay das aber ein bisschen ruhiger ist ein bisschen ruhiger das geht voll auf dem bauch hier ach du mich runter fein jetzt leute man denkt man fällt hier runter leute Und das ist die, wo wir danach hingeben. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Ey, Max, wie geht's dir? Oh, es geht. Oh, jetzt geht's richtig ab. Oh mein Gott. Let's go. Alter, WCF. Oh, jetzt geht's so. Bälle. Oh, mir auch. Oh, Leute, mir ist richtig schlecht. Oh. Let's go. Oh, Leute. Oh, Leute. Hey. Oh mein Gott. Ey, mir ist richtig schlecht. Ey, die geht aber echt voll auf den Bauch, ne? Oh, Leute. Die ist zwar nicht super schnell, aber die geht voll auf den Bauch, Leute. Hey und Gene ist sehr schlecht geworden. Okay. Oh, die war über krass, Freunde. Aber jetzt geht's weiter zur nächsten, Leute. Achterbahn 4, Wasserbahn. Okay, Leute, bevor es hier auf die richtig krasse Achterbahn geht, Freunde, haben wir uns gedacht, machen wir auf entspannt hier noch einmal so eine Wasserbahn, Leute. Ey, das ist in einer Badewanne, hast du's gesehen? Ja, das ist in einer Badewanne. Ich glaube, man wird ehrenlos nass, Leute. Deswegen haben wir uns hier noch so eine Regencappis gekauft. Wir packen die jetzt mal aus hier. Und Leute, vielleicht werden wir dadurch nicht noch mehr nass, Freunde. Oh, ja. Ey, das sieht aus wie eine Mülltüte. Das ist auch eine Mülltüte, Leonti. Das war ganz knapp das Denken. Deswegen, Leute, jetzt ein bisschen auf entspannt Wasserfahrt und let's go, würde ich sagen. Oh, Leute, jetzt geht's los, hier die Wasserbahn. Man sitzt ja immer in so einer Badewanne. Wie können das machen? Digga, einfach in eine Badewanne. Ich geh als erstes rein, ne? So, Leute, ich muss aufpassen mit meinem Knie. Oh mein Gott, Leute. Es geht los, Leute. Leonti, bist du bereit? Ja. Ja. Ich hoffe, wir werden nicht so geisteskrank nass werden. Ja, ich glaub, irgendwie schon, oder? Ja, ich glaub's auch. Lukas BS und iCrymex hier im Freizeitpark. Das ist einfach der YouTuber-Freizeitpark hier. Ja, komplett, ne? Ey, Leute. Oh mein Gott, es fängt voll an zu regnen. Jetzt regnet's auch wieder, perfekt. Ey, vor allem, Lukas. Das heißt, gleich bei der großen Achterbahn wird's komplett regnen. Ja, ich glaub auch, oder? Ey, Leute, wir sind ja jetzt schon komplett nass. Und jetzt fahren wir auch noch eine Wasserachterbahn im Regen, ne? Wir haben uns echt den besten Tag dafür ausgesucht. Ja. Ja. Oh mein Gott, zeig das mal. Alter, da kommt so ein Strahl runter. Oh, nicht nass werden. Ich versuch jetzt mal, so wenig bewöhnt sich nass zu werden, Leute. Ja, das versuch ich auch, Marc. Aber ich glaub, das wird schwer. Ich glaub, das wird richtig schwer werden. Leute, jetzt geht's hier hoch. Oh. Oh mein Gott. Oh. 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 Alter, seid ihr nass geworden? Ich hab nix abbekommen. Ich hab nix abbekommen. Okay, gut. Ja, und hier geht's auch noch gut, Leute. Oh mein Gott, das versuchen könnte ich mir nicht. Leute, wenn's dunkel wird, ist mir gut. Oh mein Gott. Alter. Was ist das denn hier? Bro. Ey, guck mal, Max, da hast du einen Brunnen. Ey, die sind ja nackt. Film das nicht. Leute, das dürfen wir nicht filmen hier. Das sind nackte Leute hier. Das ist ne schöne Aussicht. Ich ahne nichts Gutes jetzt. Geht hier nach oben. Nein. Wir werden gedreht. Ey, nicht rückwärts, Bro. Nicht rückwärts. Nein. Nein. Ey, nein. Nein. No way. Wir fahren rückwärts. Oh. 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 Seid ihr nass geworden? Nein. Ich hab auch nichts abbekommen. Ich hab auch nichts abbekommen. Oh Gott sei Dank. Warum fahren wir denn rückwärts, Leute? Oh, jetzt wieder vorwärts. Ach, okay. Es geht wieder vor. Es geht weiter. Es geht weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da geht's hoch. Alter. Ey, ich glaub das wird das große Finale jetzt. Ich glaub auch, oder? Ich glaub jetzt werden wir hier richtig nass werden. Guck mal, da geht's gleich runter von da ganz oben aus dem Haus. Wir fahren da gleich ganz runter, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab richtig Angst. Ahne nichts Gutes. Alter, ich auch nicht. Ey, guck mal da drüben. Die Achterbahn fahren wir gleich. Die ganz große. Die ist richtig fett, Mann. Ey, das geht hier so weit runter jetzt gleich. Aufstehen verboten, natürlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, wie weit. Wow. Ah. 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 Oh. Meine Socke ist nass. Was geht ab, Leute? Burger Pommes. Alter, Max, geht's dir gut? Ich kann nicht mehr, Leute. Leute, war ganz gut für den Magen, weil jetzt sind wir ready für die letzte große Achterbahn. Ja, Mann. Komm, nass. Guck mal meine Socke an. Oh mein Gott. Ey, Leute, das war echt zu krass, aber es war ganz gut für den Magen. Es war nicht zu heftig, denn jetzt sind wir ready für die letzte große Achterbahn, Leute. Let's go. Das Finale. Holzachterbahn. Okay, Leute, jetzt kommt das große Finale. Jetzt sind wir hier bei der krassesten Achterbahn. Das ist irgendwie so eine Holzachterbahn. Die soll super, super groß sein. Es regnet hier auch, Leute. Also keine Ahnung. Ey, ich hab auch irgendwie von Angst, weil das so aus Holz ist und so. Ich vertrau der Sache irgendwie gar nicht, Leute. Ja. Also das ist schon irgendwie echt Krise, ey. Aber gut, Leute, wir ziehen hier durch für euch Lastenbike und Labo da, Freunde. Ey, Max, ich hab richtig Angst. Ich bleib draußen, okay? Ist okay, ich weiß, Marvin. Du bist da ein bisschen alles gut. Ja. Aber weißt du was, es hat noch was für dich. Hast du ein Geschenk für mich? Ich hab ein Geschenk für dich. Ehrlich? Was denn? Hier noch mein zweites Punkt, Leute. Können wir jetzt vorbestellen. Oh mein Gott. Kann ich das durchlesen, ganz tight? Ey, geil. Mach ich das. Okay. Also, Leute, wir gehen jetzt rein. Let's go, Frohmo. Okay, Leute, es geht jetzt los. Wir gehen natürlich nach ganz vorne, Leute, weil wir sind ja keine Schmalspuren. Und Leontien, fährst du eigentlich auch mit? Alter, der zieht auch durch. Boah, ey, wir sitzen einfach ganz vorne, Lukas. Alter, das ist stark. Oh mein Gott. Ey, Max, die ist voll aus Holz, ne? Ey, das ganze Ding ist aus Holz. Ey, Alter, das ist sogar so sehr geblättert drin, guck mal. Ey, das Ding ist doch alles aufgeweicht, das hält doch alles gar nicht. Ey, Bro, Max, ich hab echt gerade Angst. Ich hab wirklich auch ein bisschen Angst. Wir fahren das Ding einfach bei Regen gerade, Leute. Checkt ihr das? Oh mein Gott. Ich zitter auch. Ey, ich zitter auch. Ey, Lukas, alles gut bei dir? Ey, Bro, ich hab richtig Angst vor diesem aufgeweichten Holz gerade. Ey, Leute, am Ende hält das hier wirklich nicht so. Wenn's das gewesen ist, dann Dankeschön, dass ihr da wart, Leute. Ey, Leute, kauft unbedingt das Buch, Max, dann kommt das raus. 4. Oktober. Okay, ganz wichtig. Ey, ich hab gerade wirklich Angst, Leute, als ich das jetzt noch schaue. Ich fühl mich wieder wie bei einem 10-Meter-Turm und bei dieser Wasserrutsche. Ja, ey. Warum muss ich immer so kranke Sachen machen, Leute? Neon-Chin, wie geht's dir? Wie ist da hinten? Alles gut, die Lage. Es geht los, Jungs! Oh, es geht los, Max! Ey, das hier... Niemand hat das kontrolliert hier gerade. Ey, es legt doch auch übertrieben. Es ist krass. Oh! Wir werden hier super nass, Leute. Das sind Segelblätter! Was? Oh! Ey, Alter, hier geht alles nach oben los! Alarm! Alarm! Alter, das ist doch eine Fehlermeldung! Nein, Junge! Das ist eine Fehlermeldung! Die Achterbahn ist kaputt! Oh! Oh! Das ist doch nicht normal, Bro. Alter, geht das Holz nach Bus? Bo, Alter, das ist komplett am Regnen, Mann. Ich glaube, man sollte diese Achterbahn nicht bei Regen fahren. Nein! Ey, ich hab echt ein bisschen Angst, Leute. Wie hoch wir sind, Leute! Oh! Oh! Es war mir eine Freude, dich bekannt zu haben, Lukas! Ey, miss auch mal! Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, Leute! Ja, ihr Frauenberger, was geht ab! Das war nicht so, Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 Ah! 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 Oh mein Gott! Ah! Ah! Ich kann nicht mehr! Oh! Oh! Oh nein! Oh! 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 Oh, der ist noch krass, Leute! Oh mein Gott, wir haben es übernimmt. Ey Lukas, alles gut bei dir, Bro? Ey, gar nicht, Mann. Wir haben übernimmt. Oh, Max, Alter. Ey, das ist zu krass. Das ist wirklich zu krass. Ey, als haben die auch diesen Regen-Kopf so wehgetan. Schau noch mal, ich hab die ganze Zeit meine Augen zu. Oh mein Gott. Bro, da fragst du gerade ehrlich. Ey, mir geht es gar nicht gut. Ey, wir haben alles gegeben, Leute. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott, Leute. Das war echt zu viel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur Wasser ist oder auch Pippi in meiner Hose. Ist doch beides, oder? Oh mein Gott, das war wirklich krass, Freunde. Das war wirklich krass. Wir haben alles gegeben hier für das Gedicht, Freunde. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Das war's gewesen. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Cranny.